Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Assassin's Creed hier bei uns auf dem Konfliktkanal und wir sind in Jerusalem. Wir wollen den Templer-Anführer Robert de Sable, ja dem Erdbogen gleich machen. Wir wollen ihn zunichte machen und dafür müssen wir die Nachforschung beginnen. Wir haben im letzten Part schon versucht Nachforschung anzufangen, sind da leider gescheitert an schweren, an einer schweren Mission, heimlichen Antazien. Was echt nicht einfach ist. Ich glaube 5, 6 Leute müssen wir umbringen. Ja, ich glaube 6 Leute müssen wir umbringen. Und das wird hart. Jetzt wollte ich eigentlich den Ausdienst... Wow, jetzt bin ich echt hier in die Wachen reingesprungen, ne? Ich bin auch ein Kapitän-Loop, ey, manchmal. Bleiben! Oh, wir sind gerade unentdeckt. Komm. Das gibt's nicht, ne? Kommt mal her. Ihr müsst mal da runterfallen. Alle tot? Ja. Alle tot. Außer die beiden. Die drei. So, runter mit euch. Ich möchte die Nachforschung anfangen. Boah, das wird hart. Echt. Na gut, Robert de Sable ist aber auch der Anführer, ne? Das ist echt der letzte... Guy. Den wir denn... unserer... Liste steht. Auf unserem Weg... zur Reinigung unserer... Fehltaten. Und dass das nicht einfach wird, war... zu erwarten. Jetzt kommen echt die happigen Missionen. Leute, jetzt kommen echt die happigen Missionen. Und das mit den heimlichen Attentaten, das wird echt sauschwer. Oh, da steht ein Templer. Den sollte ich vielleicht gleich mal wegnehmen. Geber, Kapir! Mach noch komischere Gesten. Würde ich auch nicht länger im Leben halten, Kollege. So. Hui. Ich würde eigentlich hochlaufen. Danke, Alter. Danke. So, das Attentat, die müde... oder die... das heimliche Attentat... müde ich jetzt aber schaffen. Jetzt bin ich gerade drin. Jetzt hatte ich es fast mal geschafft. Und jetzt... will ich es auch wiederholen. Alter. So. Ich glaube, unser Weg, wie wir es gemacht haben, war schon ganz gut. Den müssen wir jetzt auf jeden Fall gleich hier wegnähen. Das ist wichtig. Da ist der Nächste. Sehr schön. Zwei von fünf eliminiert. Da ist eine Wache. Okay. Da ist der Nächste Templer. Der steht hier beim Händler. Der geht auch weg. Scheiße, ich bin sie weg. Das war gut. Die drei waren schon mal... Die haben die Leiche da anscheinend entdeckt. Zumindest wurden die getriggert. Zur Wiedergutmachung. Lasst uns neu beginnen. Lasst uns Frieden. Oh, lieb. Ich wäre fast in die reingelaufen, in die Leute da. So, da ist der... an dem wir eben noch gescheitert sind. Diesmal nicht. Dann fehlt nur noch einer, ne? Wo ist der denn? Der muss auf der anderen Seite sein anscheinend. Wo ist der oben? Ne, der läuft doch da unten rum. Ne, komm. Brauche ich nicht hochklettern. Der ist doch... Wir sind rot. Scheiße. Ich bin im Ernst. Ah, wir wurden wieder entdeckt. Oh Mann, das ist doch scheiße. Wieder beim Letzten. Wieder vom gleichen Trupp wurden wir entdeckt. Und wieder haben wir versagt. Oh Mann, ey. Das ärgert mich so sehr. Wir sind immer so nah dran. Und diese behinderten Leute, ne? Die regen mich einfach richtig auf. Und die Flagge, die will uns ja quasi... Die will ja quasi von uns eingesammelt werden. Die Jerusalem-Kreuze. Starten wir die Mission halt noch mal. Aber die ersten drei haben wir schon mal richtig gut gemacht. Gar nicht lang fucking... Nicht lang an den Tatorten aufhalten. Das ist mir egal, dass deine Familie groß ist. Nein, hab ich nicht. Ich hab kein Geld. Hab noch nie Geld in dem Spiel gesehen. Existiert Geld überhaupt? Oh, wir haben den falschen Weg genommen. Scheiße. Geh mir nicht auf den Sack. Ich hab kein Geld. So, da ist der nächste Tatort. Oh, direkt neben der Wache. Okay. Gefährlich. Aber... Die Gefahr ist unser Hauptaspekt mit hier im Spiel. Und no risk, no fun, wie es so schön heißt. So, die drei haben wir jetzt wieder schnell erledigt. Und ich hoffe, diesmal kriegen wir die anderen beiden auch noch hin. Nein, überschreicht mir sie nicht. So. Wieder rot. Wieder rot. Wieder der Trupp. Wieder der Trupp. Der Trupp ist jetzt egal. So. Und jetzt noch den letzten. Diesmal kriegen wir ihn auch. Weil diesmal ist der Trupp noch nicht hier. Perfekt. Und wir hauen genau da lang ab, wo wir eben gerade abgehauen sind. Sehr schön. Dann schaffen wir das hier in guten anderthalb Minuten. Perfekt. Krass. Jetzt haben wir es endlich geschafft, so wie wir es fast die anderen Male schon geschafft hätten. So. Ich weiß nun, warum ich dem Clan beitrat. In eurer Nähe zu sein, ist ein Geschenk Gottes. Hier ist, was ich über Roberts Männer weiß. Sie sind wohl für den Kampf gerüstet. Sie auf einmal zu bekämpfen, wäre unklug. Lasst sie euch jagen, bevor ihr zurückschlagt. Doch ist es respektlos von mir, einem Meister zu sagen, wie er sich im Kampf verhalten soll. Verzeiht mir, Meister. Nichts für ungut. Okay. Nicht gegen alle Männer Roberts auf einmal kämpfen. Okay. Wichtiger Hinweis. Viele Männer und alle auf einmal zu bekämpfen, wäre wahrscheinlich wirklich fatal. Was ich aber auch interessant finde hier an den Nachforschungen, ihr habt auch gemerkt, mit der Zeit, je mehr Erfolg wir hatten bei unseren Attentaten, desto besser wurden wir von den anderen angenommen. Also wir wurden immer größer gelobt, Meister wurden wir genannt, etc. pp. Ist schon cool. Ist schon cool, dass wir das auch eingebaut haben, dass wir mit der Zeit wirklich unseren Rang, unseren Status wiederkriegen. Und anscheinend war, Alter, ihr, haben wir ja gesehen, bei unserer Hinrichtung von einem OLM, ein Rang hoher Assassiner. Ja. Ich bin nicht erwünscht, aber du bist tot und ich lebe. Das Schlimme ist, dich wird keiner vermissen, außer er vielleicht da hinten. Aber er schaut nur hier rüber und hat wahrscheinlich selber Angst. So, den Aussichtspunkt nehmen wir natürlich mit. Dann gucken wir gleich mal, was wir gleich noch machen können. Ja, halte ich bloß nicht da oben an dem Steg fest, Alter, ihr. Was ist denn los mit dir, Junge? Sehr schön. Ähm, geh mir nicht auf den Sack. Danke. Also, ich habe echt Gefallen jetzt gefunden an meinem zweiten Assassin's Creed Run. An den, bei, ja, an den Wurfmissen habe ich echt Gefallen gefunden. Die schocken doch schon. Und da haben wir einen Taschendiebstahl. Perfekt. Bin mal gespannt, ob hier die Flangenmission kommt, die so hart war. Oh, wir müssen da in dem Turm einen Taschendiebstahl durchführen. Dann hätte ich da ja gar nicht runterspringen müssen. Und der Baum, perfekte Kamera. Ähm, wer sieht uns denn? Tretet jetzt zurück. Er? Okay. Lauf bei ihm. Was ist mit ihm hier? Hast du deinen Kollegen schon gesehen? Ihr seid... Ha, ich bin hier nicht erwünscht, aber... Ihr seid beide tot. Oh, da ist ein Templer. Müssen wir jetzt mal einen Templer beklauen? Templer und eine Wache. Interessant. Nehmt die Karte und sorgt dafür, dass die Wachen entsprechend postiert werden. Während der Prozession sollten wir sicher sein. Aber das Begräbnis bereitet mir Sorgen. Es wäre unseren Feinden ein leichtes, sich in der Menge zu verbergen. Wenn ihr so besorgt seid, warum postiert ihr nicht eigene Männer und durchsucht die Stadt selbst? Unsere Anwesenheit hat schon genug Aufsehen erregt. Ich kann mir vorstellen, wie das Volk reagiert, wenn Kreuzritter über ihre heiligen Städten marschieren. Dann solltet ihr vielleicht gar nicht teilnehmen. Er war unser Freund und Bruder. Und wir erweisen ihm unsere Ehre, wenn er diese Welt verlässt. Ihr beleidigt mich, wenn er etwas anderes verlangt. Ich postiere die Männer. Ich möchte keinen Ärger. Dann hört auf, Ärger zu machen und tut, was wir verlangen. Schlagen wir an Maschdardins Beerdigung zu? Oh, perfekt. Nachforschung beendet. Karte mit den Positionen der Jerusalemer Wachen während der Beerdigung Maschdardins. Maschdardins. Gott. Maschdardin. So hieß er. Das ist ja perfekt. Wie geil ist das denn? Das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Da habe ich echt nicht mehr in Erinnerung. Dass wir an der Beerdigung von Maschdardin zuschlagen wollen. Aber das ist doch zu einfach, oder? Darauf lässt sich Robert de Sable ein? Ich habe gedacht, der ist schlau. Da muss er doch erwarten. Der wird uns doch erwarten, oder? Das wird eine Falle sein. Das wird sowas von eine Falle sein. Das kann ich mir gerade echt nicht vorstellen. Das muss eine Falle sein. An Maschdardins Beerdigung. So, du fliegst runter. Tschüss. Ach. Wirklich? Neulich? Wirklich? Wo kommt ihr denn auf einmal alle her? Und ein Bogenschütz ist da auch noch. Der Sable hat überlebt? Oh. Okay. Und sie kommen alle über die Treppe. Über die Leiter, meine ich. Doch. Jetzt werde ich entkommen. Indem ich hier hochgehe. Nicht mehr von euch gesehen werde. Zack. Und ich bin entkommen. Eigentlich wollte ich doch nur den Templar da töten. Dass die aber nicht durch ein Messer sterben. Durch ein Wurfmesser. Das ärgert mich. So. Positioniert sich der Templar eigentlich wieder da hin? Geht der mir auf den Sack? Und sein Kollege rennt da gleich hin natürlich. So, wo ist der Templar? Ja, soll ich? Okay. Hi. Der Templar kommt nicht mehr hierhin anscheinend. Lustig. So. Oh, das müssen wir erklimmen. Das sieht nice aus. Von wo aus können wir das denn erklimmen? Von da aus nicht. Von da aus auch nicht. Also von hinten oder von Westseite? Ja, aus Seite natürlich. Ihr dürft hier nicht passieren. Ei. Weißt, was ich sage? Messer in den Hals. Zu deinem hier dürfte nicht passieren. Ah, von hier aus können wir den Turm hier erklimmen. Sehr schön. Ähm, nicht fallen lassen, sondern rüber da. Danke. Alter hier. Sehr schön. Da wird aber, glaube ich, ein Bogenschütze drin sein, oder? So ein großer Tor mit Zinn. Hallo. Und, ladies and gentlemen, wir starten Synchro. Perfekt. Das ist doch schon mal gut. Das haben wir auch über Lauschen gefunden in der Hecke. Das ist doch schön. Dann wollen wir doch mal da hin. Machen erstmal den Todessprung. Und suchen wir uns die Bank. Zum Belauschen. Wahrscheinlich auch hier drin. Ja. Sieht so aus, aber hier kommen wir einfach so rein. Finde ich gut. Da müssen wir die belauschen. Hier ist auch schon die Bank. Perfekt. Drei Leute belauschen. Okay. Hast du sie gesehen? Nein. Aber ich habe die Gerüchte gehört. Ist es wahr? Sind wirklich Kreuzritter in Jerusalem? So ist es. Und? Sie unterscheiden sich von den anderen. Sind fein gewandet und tragen kostbare Gaben. Wir sollten sie von dieser Bürde befreien. Sie lagern bei Davids Zitadelle. In der Nähe des Friedhofs. Wegen des Begräbnisses? So scheint es. Dann besuchen wir ihr Lager, wenn sie dem Toten die Ehre erweisen. Okay. Robert wird an einer Beerdigung teilnehmen. Das hätten wir zuerst machen können. Gut, das wussten wir schon. Aber egal. Befragung oder erst den Aussichtspunkt da. Ne, erstmal machen wir die Befragung da. Ach, da ist auch ein Aussichtspunkt direkt neben der Befragung. Dann nehmen wir den Aussichtspunkt da erstmal mit. Ja, dass Roberta teilnimmt, wundert mich schon ein bisschen. Aber Maschdardin war ja auch einer von ihm. Von seinen Leuten. Von daher. Ja, liebe Freunde. Das tut mir leid. Da ist einfach mein Spiel abgestürzt. Das ist das Great hat sich einfach gedacht, ich stürze mal ab. Dabei ist OBS dann auch abgestürzt. Äh, mein Aufnahmeprogramm. Warum auch immer. Aber ich werde das zusammenschneiden. Wie gesagt, tut mir leid. Und wir machen natürlich weiter. Und ich habe jetzt mal so weit nochmal vorgespielt, wie ich denke, dass das okay ist. Wir sind fast beim nächsten Aussichtsturm, den wir neben der Befragung jetzt mitnehmen wollten. Und ja. Wie gesagt, tut mir leid. Aber, habe ich jetzt auch noch nicht gehabt. Ich hatte mal zwar diese, ja diese Legs, diese Rüttler, diese Hänger, aber noch nie jetzt, dass das Spiel an sich so abgestürzt ist. Relativ ungewöhnlich jetzt gewesen. Ich werde die Zeit jetzt hier natürlich dranhängen an dem Part. Die uns noch fehlt für die Partzeit. Gut, dass wir schon relativ weit im Part waren. Aber ja. Hoffentlich kommt das in Zukunft nicht mehr vor. So, den Typ da unten, den nehmen wir natürlich gleich mit. Erstmal holen wir uns den Aussichtsturm da oben. Lasst uns neu beginnen. Lasst uns Frieden schließen mit den Kreuzfahrern. Lasst uns eins werden. The fuck? Zu lange haben wir Grenzen durch dieses Land gezogen. Das Blut derer vergossen, die wir einst Freunde nannten. Wir alle haben darunter gelitten. Doch nun, nun gibt es Gelegenheit zur Wiedergutmachung. Lasst uns neu beginnen. Lasst uns Frieden schließen mit den Kreuzfahrern. Warum? Lasst uns eins werden. Weil, weil... Das ist ja kein Hassprediger, der will ja gerade für Frieden stiften. Versprochen, doch niemals gehalten. Aber heute ist es anders. Kreuzritter ziehen durch die Straßen von Jerusalem, nicht um es zu besetzen. Kein Übel ist in ihren Herzen. Lasst uns diese Gelegenheit nutzen. Redet mit ihnen. Macht Zugeständnisse. Zusammen können wir endlich den so oft versprochenen Frieden wahr machen. Wir müssen stark sein. Wir müssen tapfer sein. Und wir müssen den Mut finden, unsere Feinde von einst nun unsere Freunde zu nennen. Die Kreuzritter kamen nach Jerusalem und brachten eine Gelegenheit, den Krieg zu beenden. Auf das wir eins werden. Weist sie nicht ab. Was zum Fick. Auf einmal sollen alle super duper nette Freunde sein? Hm, soll ich jetzt auf ihn einschlagen? Nö. Oh, da ist ne Kasse. Juuu. Perfekt, mein Freund. Oh, ist der eine da jetzt echt noch mit dabei? Ich glaube nicht. Ne, ist er nicht. Doch, der eine steht da doch noch mit dabei. Dann kann der sich mal verpissen. So. Oh, den haben wir hier gerade aber gut unter Kontrolle hier, den Burschen. Den Prediger. Den angeblichen Friedensstifter. Oh, jetzt echt. Jetzt sind wir wieder hier gegen drei Leute. Nehmt mir doch die Eier. So, was ist mit dir hier, Kollege? Danke, 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 danke. Ihr sprecht von Frieden, aber es sind nur leere Worte. Nein, ich sage die Wahrheit. Warum behauptet ihr etwas anderes? Er hat die Stimme von Abu Nukut. Das bin ich. Dann seid ihr auch ein Lügner und Betrüger. Wie euer Meister. Wo ist er? Was hat er vor? Er sucht den Frieden. Ich schwöre es. Und als Beweis mögen seine Taten dienen. Ein Christ beim Begräbnis eines Moslems. Wir wollen all dem ein Ende setzen. Nur weil es euren Bedürfnissen dient. Aber unsere Absicht ist edel. Das Land wird unter unserem Banner vereint. Vereint durch Gewalt. Ihr würdet uns versklaven. Es ist zum Besten. Nein, ist es nicht. Und solange meine Brüder und ich atmen, werdet ihr nicht obsiegen. Läuft. Was sind Robers wahre Motive? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Jetzt machen wir auf jeden Fall hier nochmal die eine Nachforschung. Ulla rennt zumindest mal hin. Ich glaube nicht, dass wir die noch hier schaffen werden. Halt! Ihr dürft hier nicht passieren. Aber was sind Robers wahre Motive? Ein Christ bei der Beerdigung eines Moslems. Interessant. Na komm, wir versuchen die Nachforschung jetzt hier noch in dem Part. Alter hier, mein Freund. Ihr müsst mir helfen. Malik befahl mir, einige Bogenschützen in der Umgebung zu töten, damit unsere Brüder sich gefahrlos bewegen können. Normalerweise wäre das kein Problem, aber das Begräbnis hat alles verändert. Die Stadtwache setzt ihre besten Männer ein, um für Ruhe zu sorgen. Und mit denen kann ich mich einfach nicht messen. Ich möchte euch um zwei Gefallen bitten. Zuerst tötet die Bogenschützen. Zweitens erzählt Malik nichts davon. Im Gegenzug sehe ich, was ich über Robers Pläne erfahren kann. Wieder müssen wir die Drecksarbeit von jemandem machen. Gut, Bogenschützen heimlich eliminieren, das ist nicht so einfach, wie wir herausgefunden haben. Das wird nicht so einfach. So, er guckt sich gerade um. Bewegt er sich auch noch? Wow, wow. Hat ja super geklappt. Das hat ja richtig gut geklappt, war. Wie er uns tritt. Ach, die Mission hasse ich. Mit den Bogenschützen ist das echt schwer. Naja, neuer Anlauf. Jetzt habe ich eine Wache eingerennt. Jetzt bin ich wieder zu. Mann, oh. Bin ich wieder zu. Ungeduldig. So, komm, jetzt nochmal versuchen wir. Weiß ich auch nicht, wie das passieren konnte. Zu ungeduldig. Sehr schön. Wieso kommen wir da jetzt nicht weiter? Und warum wird das hier schon wieder rot alles? Gefällt mir nicht. Wie komme ich denn da hoch? So, komme ich da hoch? Das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. Jawohl, perfekt. Steht perfekt zu uns, der Typ. Das ist der erste von vieren. Okay. Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Liebe Freunde. Kommt nicht näher. Oh, Mann. Wie ich's hasse, ne? Wie ich's hasse. Hier drüben. Das ist halt einfach wirklich so. Die Bogenschützen müssen uns halt echt sauschwer. Naja. Dann werden wir die im nächsten Part versuchen, Freunde. Von daher hoffe ich, seid ihr dann auch dabei. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dann. Haut rein. Und ciao.